dann spielen wir jetzt mal stadtlandfluss mit den namen w fängt ja gut an herrkunde land mit b ja weil ich gerade sagen erdkunde gibt es doch gar nicht oder doch stinken sachen mit wir jugendfreundin wir sind nicht jungen frei bitte dass der herr herr weg sieht leid oder sagt mir was mit weh fällt mir irgendwie hier fast nichts ein wer war das wer war das ein bombard das war mir so klar dass das das war mir so klar Wilmshaven, Wolfsburg, Washington, Wittmann, Land ja Weißrussland hätte ich auch mal dran denken können ja weiter 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 Wilma Wilma wachmeister, wissenschaftler, wissenschaftler, waschfrau ja klar, ich würde mir sonst nicht mehr aaaa ein Weißbrot mit Klammern Haaren ein Würfel ja, Zombie-Apokalypse ey, mit weh, guck mal hier, da fehlt ihr auch ich hab nur ein weh Zombie-Apokalypse würden nur zwei von uns überleben ja, definitiv obwohl wir nicht Willis Socken dazu nähen wumm Pornostar, was, Willi Wonka? ja, mir findet nichts anderes an wow, China, ja ah, siehst du, da ist der Profi unter uns ey, du denkst an, beim Kacken an Wilfried ja okay das ist der, den ich dann abseile was? oh Gott oh Gott warte, warte beim Zocken muss ich das, das wollte ich nicht schreiben das wollte ich nicht schreiben hatten wir die beiden gleichen Gedankengänge? ja, ne, scheint so ich wollt's auch nicht schreiben, dann ist das bei mir leer Ergebnis bestätigen geht das dann gleich in die zweite Runde? mhm nächste Runde nächste Runde neue Runde, ich würd jetzt doch mal mitmachen mit G mit G ähm oh Gott ne, der kann auch nix für, du fäng aber auf, ne, das war schon mal nicht schlecht aber ist aber irgendwie ne, das kann ich nicht schreiben, das ist du, ich nicht doch, hier, weitermann Ich kann sie alle schrauben. Na, das geht doch. Was fehlt denn noch? Ach, du Kacke. Ha! Oh Mann! Ich fand auch gar nichts drin. Da sind wir ja kreativ gewesen bei den Tieren, was? Giraffe! Huh, doch ein Tier! Giraffe! Ey, und noch eine Giraffe! Das ist ein ganzes Giraffenrudel! Und noch eine! Gangesart! Ich wollte auch erst Günther schreiben, aber... Nee! Nee! Land hat tatsächlich jeder was gewusst! Nee! Geld High! Geld High! Aber ich hab hier Gastgeber genommen! Komm, das Zeug von Kreativität! Ja! Garagentor! Garagentor! Mordwaffe! Garagentor! Das ist doch mal kreativ! Stimmen alle Sachen! Oh, Geschirrspüler! Ja! Ja! Und ab da an... Ich war ja nicht fertig! Ja! Zombie-Apokalypse würden zwei überleben! Ja! Gewehr war mir zu einfach! Mir ist nichts anderes eingefallen! Pornostar! Ja! An Gott! Da müssten wir mal tiefgründige Gespräche! Gott! Ich glaube, da muss man wirklich mal tiefgründige Gespräche mal drüber führen! Großer Hoffnung Gott! Beinzocken muss ich! Gewinnen! Gucken! Grün-Tee trinken! Wollen wir alle bestätigen, bevor es weiter geht? Ich glaube ja! Hier! Vielleicht geht mal rauf! Ja! Oha! Was kommt jetzt? Ey! Warte, jetzt weiß ich ja nicht, ob das richtig geschrieben ist! Ach, okay! Ob das richtig geschrieben ist, ist ja egal! Hauptsache man weiß, was gemeint ist! Haaa! Wird schon! Das ist echt ein blöder Buchstabe! Das ist echt ein blöder Buchstabe! Das hat alles halt noch nie so ernst gesehen! Ach! 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 Mir fällt kein Plus ein, ey! Mir auch nicht! Ich bin die Erkunde schon immer schlecht gewesen! Ich freue mich schon, dass ich für meine Heimership kam! Ja! Mir fällt kein Pornos da ein! Ja, ist doch eh alle gleich, oder? Ja! Hm! Ein Fluss! Habt ihr schon einen Fluss? Ich helfe mir auch noch! Mir fehlt ein Fluss! Oh! Wer hat an den Fluss gewusst? Malchert! Jaaa! Ah! Ja! Okay, wir haben hier Lama, Luchs, Lemur, Leopard! Ey! Da haben wir alle mal was anderes! Den Fluss weiß ich aber auch nur, weil mein Baba in der Schleppenverbindung war! Ich hab einen Tippfehler! Und die haben viele Saufglieder! Lahn! Kenn ich nicht! Also bei Land oder Litauen heute! Das steht ein Blitz auseinander an! Ja! Also bei Land kam auch nur darauf, weil ähm, mein ehemalige Arbeit, wo ich gearbeitet habe, der stellvertretende Marktleiter heißt Herr Litauen! Ah! Okay, so kann man es nicht erleiden! Ich war mir nur nicht sicher mit Doppel-T oder mit einem T? Ha ha ha! Hauptsache man weiß was gemeint ist! Dilan! Oh! Lisa, Lucas, Luisa, Laura! Hey! So viele L-Namen! Ja, ne? Aber... Liebzwertbauer! Liebzwertbauer! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Gott Roman! Ha ha ha! Der hat zu viel gezockt! Ha ha ha! Janett und ich sind die einzigen... Ah ne! Malch hat auch... Lagerriss, aber Lehrer ist ja noch das gängigste! Lehrer, Lehrer... Laser-Präzisionsgewehr! Oh Gott! Oh Gott! Stinkende Sachen! Nappen... Lümmeltüte! Woher weißt du, dass eine Lümmeltüte riecht? Oder stinkt? Weißt du, wie die Wohnung hier aussieht? Ha 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 ha! Boah! Ihhh! Ha ha ha! Ja, und hier sinkt wieder das Niveau! Ha ha ha! Was sinkt das denn heute? Ha ha ha! Was noch nie gestiegen ist, kann auch niemals sinken! Ja, keine Ahnung! Schau mal ganz ab! Ha ha ha! Waffe für Zombie-Apokalette! Lanz... Lachgas! Hey! Ha ha ha! Passt ja gut! Leber? Was? Ich bring dich um mit meinem Hirte! Leber! Ha ha ha! Leber?! Ha ha ha! Ja, wenn du die ekligst, dann richtig eklig! Ha ha ha! Ich hab, wenn sie noch frisch ist... Weißt du, sie sind und rennt weg! Ha 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 ha! Vor allem, wenn die noch frisch ist, kannst sie ja werfen und wegrennen, ne? Ja, Ablenkungsmanöver hier! Ha ha ha! Ha ha ha! Lulu irgendwas! Ha ha ha! Ha ha ha! Leila! 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 Ich denk beim Kacken an! Ich denk beim Kacken an! Brüderchen! Ja! Bei Pornostar! Leila! Du weißt, dass ich Wrestling schaue, ne? Ja! Ja! Und jetzt gerade noch nicht auf den Namen gekommen bin! Da ist ein Pornostar beim Wrestling? Da waren einige von den Mädels dabei, die auch Pornos gemacht haben! Oh! Wieder was gelernt! Ja! Unnützes Wissen! Ich denk beim Kacken an! Lange Würste! Lichter und Farben! Loslassen! Liebe! Da würde ich jetzt gerne mal kurz den Zusammenhang wissen! Liebe geht durch den Magen! Ah! Merkst du was? Beim Zocken muss ich! Ja! Müssen wir irgendwie alle lachen! Oh! Oh Mann! Oh! Das Spiel ist so bescheuert! Wird lustig! Am besten wäre es ja noch, wenn er wenigstens die Ergebnisse noch anzeigen würde! Das macht er immer nach, ähm, wenn alle Reisen durch sind! Oha! Bestätigen würde! Ja, ich bestätige mal! Mal sehen! Hey! Oh! 310 Punkte, Roman! Ey, schäm's nicht, ne? Oh! 10 Punkte nur Unterschied! Ja, das Spiel weiß, wer was kann! Wer was kann hier! Ich steh noch nicht mal mittendrin! Das gleiche Spiel nochmal! Oh! 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 Warum nicht? Muss ich da einfach draufklicken, ja? Bestimmt! Oh! Ah! Wollen wir nicht mal mehr die Einladung rausschicken! Gott sei Dank! Oh, komplett gespät! Hä? Oh, da! Ja, alles gut! So schnell! Hey, Roman! Von wegen, ich bin schnell hier! Mit H! Wow! Oh! Oh, okay! Oh, endlich mal super! Oh, endlich mal soGenius! Ahh! Oh, weg! Wow! cificer ского Powell embedded diez 和 碟 heit Ja! 康 TI Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein. Kann man dich irgendwo wiederholen? Kann ich da auf das Spiel raus? Nee. Oh, eigentlich mal mit Pro. Oh, meinung, 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 meinung. Was für ein Pro? Das ist ja gemein. Dann muss ich einmal die Einladung rausschicken. Hi, Hiti. Oh, warte mal. Wieso das denn? Ich bin mir das auch hier gerade am angucken hier. Jetzt haben wir jetzt das Finish. Achso, dann das Spiel nochmal, oder wie? Ja. Ja. Wir fangen wieder von vorne an. Ja, tut mir leid, der hat mich herausgeschmissen. Ach, vielleicht in drei Jahren schaffen wir das einmal durch. Ja, ist schon richtig, der linke. Hä? Äh. Ja, Color. Oder ist er? Du? Du? Keine Ahnung, wer das ist. Du? Hat Ihnen das jetzt irgendwie die Leitung verschossen? Oder? Ja, meine Leitung ist eigentlich da. Ja, man hat nichts gesagt. Ich wundere mich nur, dass hier nichts gerade passiert. Irgendwie stehe ich hier immer noch als einziger Spieler in dem Spiel drin. Was? Ja, dann warte, lass uns nochmal irgendwie, ich weiß auch nicht. Nochmal? Ja, sonst mach ich mal ein ganz komplett neues Spiel. Ja, warte mal, wir gehen nochmal eben erstmal raus, ja. So, ich hab jetzt so ein fett mal so was dazwischen gehauen. Okay. Wo seid ihr denn? Ähm. Wir müssen erstmal was. Ein bisschen warten. So, du, ist alles gut. So, dazu. Wir warten gerne. Ich dachte, da wird noch jemand mitspielen. So. Oh. Dann sind wir nur zu viert. Ja, der hat ja noch einen Link geschickt. Ja, ursprünglich wären wir sogar fünf Leute gewesen. Eine Bekannte von mir, die wollte noch mitspielen. Aber ihr Laptop ist kaputt gegangen. Ist doch blöd. Mhm. Der macht im Moment gar nichts mehr. Ja. Oh Gott. Ne, das ist der falsche Buchstabe. Ja. Und ich wette, wir haben alle den gleichen Namen. Abwarten. Ich hab's mit den Flüssen da. Oder auch ehrlich. Ach so, den Pornoster habe ich übrigens rausgenommen. Aus Jugendschutzgründen. Sehr glücklich. Wie er sagt, Kategorie finde ich irgendwie besser. Ort. Ja. Worte ist gut. Ja. Worte ist gut. Was haben wir denn hier? Mamaku. Mamaku hier. Tier. Kakadu. Kakadu. Kamel. Koala. Und nochmal den Kakadu. Köln, Köln, Köln. Kurs? Geht sich in Russland. Wollte grad sagen, du bist schon irgendwo da in Ostblock. Nein. Das ist noch mehr als Ostblock. Land. Kenia. Kassas? Kleine Abzeugung der Weser, Roman. Ja, passt denn mit Felix ein. Kroatien, Kroatien. Und das zählt auch noch. Kleine Abzeugung der Weser. Das ist gut. Ja, der zählt das als Junge. Also das ist ja auch total realistisch. Ja. Ja, wieso komm jetzt wirklich mal. Habt ihr damals in der Schule bei Stadt Landfluss nicht auch irgendein Scheiß hingeschrieben, damit überhaupt da was steht? Nö. 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 Name. Karl. Karsten. Karl. Okay, da hab ich jetzt echt mit gerechnet, dass jeder Karl nimmt. Kalle. Jawohl. Klempner. Kellner. Kellner. Kraftfahrer. Kunsthändler. Der Kunsthändler gefällt mir. Kalle. 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 Korte. 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 Mö. 낙. Korte. 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 Böfe. Korte. Korte. Lachen. Ja, mit Ziel, ne? Ja. Wenn ich die Leute umbringen, dann doch mit Ziel, bitte. Ja, von ehemaligen Bekannten, die Lieblingsdrohung gegen die Katzen von einem Nachbarn. Wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Katzen abends drin sind, dass die hier nicht mal rummiauen, dann findest du die morgen wieder am Baum genagelt, mit ner Klavierseite. Ja. Dann war an dem Baum dahinten die große Eiche aufgehängt mit ner Klavierseite. Das muss ich für die Nachbarschaft nicht passen. Ja. Ich denk beim Kacken an. Kacken? Karotten, ey! An Kacken? An Kacken. Iba. Beim Zocken muss ich Kaffee trinken. Kotz. Warum musst du kotzen? Keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich weil das Spiel mal wieder so viele Bugs hat, dass das wieder unspielbar ist. Kreischen! Auch wegen der Bugs! Kacken! Malchardt, was frisst du, dass du... Die Internetleitung hier... Ja, muss nur noch kacken hier, also von daher... Jeanette? Wurde Sex richtig gut wär? Küche, Keller, Karussell! Okay. Und Malchardt hat keinen Sex. Nein! Och, aber das wollt ihr nicht wissen. Wo? Nein! Ey, da kennen wir die Videos, das reicht. Neue Runde, neues Blut, jetzt noch mal dabei sein, jetzt noch mal machen hier. Gewinne, gewinne, gewinne! Genau. Nee, 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 nee Vielen Dank. Ich habe also Mordwaffe und Waffe für Zombies gekürzt. Ich glaube, da soll das mal vielleicht die Kategorie nochmal tauchen. Mhm, glaube ich auch. Äh, wer war das? Also zum Schluss hatte ich was echt Gutes. Mann. Seepferdchen, Schwein, siamesischer Tiger, Stier, kreativ. Stadt. Ja, keine Stadt. Wir sollten die Kategorie eher nicht tauschen. Ist auch mal anspruchsvoll. Ja, da kann man ja auch immer das gleiche schreiben, ne? Ja. Salzburg, Solingen, Schwerin. Da ist mir nix eingefallen. Wie, kennst du nicht die Solinger Messer? Ich kenne die ganzen Städte. Aber das ist mir jetzt gerade überhaupt nicht eingefallen. Ja, Syrien. Hätte mir eigentlich auch einfallen müssen. Wir haben ja nur gerade eben da so nebenbei Händen. Ja, und ging ja jetzt lang genug durch die Medien. Mhm. Fluss. Da ist mir auch nix eingefallen. Spree, Sarah. Bisher. Ah. Ja, ich wusste nicht, ob das richtig geschrieben war. Sarah, Sina, Stefan, Sigi. Schornsteinkrieger, Sozialmitarbeiter, Stapelfahrer, Klaus, Seefahrer. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Damit sie noch Geschmack haben beim Essen. Ich habe mich jetzt gerade gemobbt. Sampfglas. Schwert. Oh, und ich habe deine Mordwaffe, habe ich als Zombie-Waffe. Okay. Stinkende. Ja, egal, lassen wir das. Beim Mordwaffe, da fehlt was. Stinkende Sachen, Socken, Socken von Rum. Stinkende Sachen. Na stimmt, stinkende Sachen. Ja, was denn? Scheiße. Waffe für Zammel. Salz. Ja, klar. Ja, trockene Aus. Ja. Seidenschneider. Du, was meinst du, wie du reagierst, wenn du mal so ein 5 Pfund Sack Salz gegen den Kopf kriegst? Dann überleg mal, ne? Also, das könnte wehtun. Seidenschneider? Überleg doch mal, Seidenschneider. Da kann man auch schon viele Dinge mit kaputt machen. Wenn man weiß wie. Ja, stimmt. Aber wo kriegt man einen 5 Pfund Sack Salz? Das ist auf die Schnelle her. Ja, da hast du doch immer im Keller zu gehen. Ja, wenn du im Walmart, stimmt, wenn du dich im Walmart eingeschlossen hast. Da haben sie doch alles. Oh, da habe ich mich gerade vertippt, da habe ich einen Weh vergessen, sehe ich so weit. Ja, ich habe mich auch beim, ich denke beim Kacken habe ich mich auch so ein bisschen vertippt. Ja, was abgeleckt. Schwedisches Essen. Oder Schwitzen schreut ich. Ach so, Schwitzen. An Sachen. Sommer, Strand und Meer. Ist das so entspannt. Ja. Da wären wir wieder bei den Sachen, die stinken. Beim Zocken muss ich. Hier ist mir auch überhaupt nichts eingefallen. Sabbern, schreien. Singen. Ja, du. Ich möchte singen den ganzen Tag. Oh, wo das Text richtig gut wäre. Der singt dann bestimmt atemlos. Atemlos auf dem Schacht. In der Sessellüft. Oh, aber letztens wollte ich noch was hinschreiben. Da war ich gerade dabei, Sauna zu schreiben. Aber da kriegt man eine Herzattacke. Aber Sessellüft muss man an die Persönlichkeitschicken. In der Sauna, das ist doch... Ist sehr warm. Das ist für die Lebensmüden. So mitten im Wal. Während der Oper. Hat auch was. Man hat es ja noch nicht ausprobiert. Gibt es ja testen. Wer sagt das? Keine Ahnung, wieso? Hast du getestet in der Sauna? Ne, in der Sauna nicht. Siehste. 10 Minuten kannst du Notarzt rufen für mich. Wenn ich bei dem Wetter hier jetzt schon eingehe, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das in der Sauna dann abgeht. Das würde, glaube ich, keiner wissen, wie das bei dir abgeht. Wird 20 Kilo leichter rauskommen. Schniepel ist abgestorben. So eine kleine Dattellaune hängen. Oh Mann. So, nochmal eine neue Runde, neues Glück. Werden wir dann brauchen. Ah, jetzt. Ja, ich bin ja schon dabei. Drehn sie hinweg. Mit M. Ja, 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 ja. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ich glaube, ich hab auch alles, oder? Mann, Roman. Mist. Nein, ich weiß. Was haben wir denn hier? Tier. Boah, hier, Simon, also voll viel Zeit hier im Madagascar. Ja, ich habe mir auch ein bisschen zu viel Zeit genommen mit der Stadt. Moment mal, das ist nicht dunkel, Deutschland. München, das ist unten im Ausland. Das stimmt auch wieder. Oh Mann. Mexiko, Mexiko, Moldawien. Mailand. Fluss. Hm. Mein Mosel. Oh, der hat er sogar angenommen. Ja gut, das Ding ist, du kannst hier rechts den Haken rausmachen, um das zu bestätigen, oder nicht? Mhm. So Sachen nicht einverstanden bist. Was haben wir denn an Namen? Matthias, Maria. Genau, nimmt mal bei mir den Haken raus. Nein, das ist nicht. Marc, Manni. Maler, Maler, Magdschreier, Mechatroniker. Gibt es die Magdschreier überhaupt noch? Ja. Ja, in Hamburg. In Hamburg. In Hamburg. Ich gehe nach Hamburg auf dem Fischmarkt. Ja. Ja, wann komme ich mal nach Hamburg? Würde ich ja gerne mal wieder. Ja, ich bin ja immer gewohnt. Mordwaffe. Toll. Ein Mammutbrett. Das ist ein sehr großes Brett. Und ein sehr altes Brett. Mit ganz vielen Haaren. Ich bin aber Mörtelschaber. Ein Mörtelschaber. Du sollst... Wir mörteln den einfach zu. Wollte ich gerade sagen, willst du den einmörteln? Stinkende Sachen. Oh, Milchsäure, juh. Ja, drei Wochen alt. Die brauche ich auch, wenn die eine Woche alt ist. Die Notiolanus. Brüderle, Chemieunterricht, nicht? Äh. Man kennt das. Jungs, Milchsäure. Schnuppermal. Und ich bin einmal im Chemieraum. Einmal Milchsäure auch ausgelaufen. Den Raum... Ja, bei uns war es Buttersäure. Der wäre ja nur... Schnuppermal, was ist das? Oh. Buttersäure ist gut, nicht? Hier, Waffe für die Zombie-Apokalypse. Messerstumpf, aber gut, zum Schlagen. Messer-Mauerstück. Mann, das muss aber echt kräftig sein. Ja, bei der Berliner Mauer. Original von Ebay gekauft. Ich hoffe, du hast auch getroffen. Aber da sagt sie was. Nachdem ich die Berliner Mauer nicht mehr gesehen habe, habe ich mehrere Zombies gesehen. Ne, lass mal das. Schuhe doch. Ey, du schläfst heute in der Badewanne, ne? Beim Kacken denke ich an... Och, was kann denn eine arme Bulli dafür? Mich? Ich weiß nicht, wo er seinen Drehbücher her hat. Malerei. Ja. Das wäre kreativ scheißer. Das wird die dunkelbraune Farbe an Schränken und Bett erklären. Ach, boah, du Arsch. Ich hab dich auch lieb. Mit dem Kopf auf den Tisch hauen. Die Antwort ist geil. Ja, manchmal weichen. Ja, das geht mir auch so. Oh, das text richtig gut wäre. Ja, da wollte ich eigentlich noch was zuschreiben. Metro. Die U-Bahn. Oh, ja. Metro im Laden ist ja auch ein bisschen voll. Ja, nur. Ist egal. Ja. Im Laden schön auf dem Kassenband. Mitten im Wald. Wer kann der kann? Der Motorhaube. Ich werde mich... Mitten im Wald werde ich mich jetzt nicht äußern. Gibt's auch Videos, oder wie? Nein. Ich muss nur sagen, letztere beides... Nein, sag ich mal nix zu. Kann sich jeder denken. Ich sag mal, im Wald... Da sollte man nur aufpassen, dass da kein Ameisenhaufen in der Nähe ist. Ähm, oder... Dass es nicht unbedingt an eine Tanne gelehnt ist. Oder an eine sehr alte Eiche. Das tut verdammt noch eins weh. Oh. Lassen wir das. Ja, dann wollen wir mal gucken hier, ne? Ergebnis bestätigen. Ja, das Ding ist... Weiß ich nicht. Weil wir ja auch alles immer dringelassen haben, ne? Mhm. Ah, ich bin auf dem... So, und ich bin auf dem Letzten. Na, schon wieder den Zweiter, Mann! Deswegen sag ich ja, kannst ja jeden Scheiß eintragen. So, und... Dann müssen wir mal die Haken aufsetzen. So, ich glaub, ich mach mal ein neues Spiel. Mit neuen Kategorien. Ja, aber dann mach ich mal dicht. So, ich hab auch mal dicht gemacht. Ich nehm mal, glaub ich, die Mordwaffe raus. Was gibt's hier denn? Wie wär's mit Filme und Serien? Das wird geil. Joa, nett. Stinkende Sachen. Wollen wir das drin lassen, oder mal was anderes? Also, ich fand das gar nicht so schlecht. Dann lassen wir das drin. So, und gleich mal eben, ähm, Freundschaftsanfang gehen nach dem Spiel von mir raus. Okay. Und's Freunde? Angeber. Ich komm nicht falsch da hin, ey. Haha. Ich glaube immer, da musst du aufpassen. Die wohnen ja ganz in der Nähe. Ihhh, flache Pommes. Ach, das ist S. Das S vergessen, Mensch. Ich kenn's doch nicht mit Palim, Palim, Flasche Pommes, oder wie war das noch? Palim, Palim! Ja, das S. Haben Sie mal Flasche Pommes, Fritz? So, Heiner ist raus. Jupp, 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 jupp.